Untertitelung des ZDF, 2020 Wie wäre es, wenn ich dafür Townhouses im Landhaus-Stil hinstelle? Er braucht einen Job und du brauchst Hilfe. Er kann nicht mal schwimmen. Was kann ich machen? Regel Nummer 1, ein Schwimmmeister setzt sich immer durch. Sprungturm, nicht Stilturm. Sie springen jetzt, ansonsten lernen Sie mich kennen. So töten wie Sie, kennen die Show und Sie will keine Sau kennenlernen. Regel Nummer 2, Null Toleranz. Auf Bahn 6 ist Kraulen verboten. Ich brauche eine Bürgerwehr. Welche Unterschriften brauche ich denn? So 600. 600? Bist du bescheuert? Du musst den Ball wollen! Ich versuch's ja! Nimm den Arsch und Zwirn! Wenn ihr mir helft, die Unterschriften für das Bürgerbegehren zu sammeln, dann mache ich den Salih fürs Finale fit. Ertorwart mit Schwimmflügel, Coach. Das geht wirklich nicht. Das ist doch nicht nur meine Heimat, das ist doch auch eure Heimat! Dann willst du kämpfen! Auf die Demokratie! Herr Rieger! Runter jetzt! Regel Nummer 4, Ruhe bewahren, Krankenwagen rufen, Telefon ist immer im Büro. 1, 1, 2! 2, 1, 2! Untertitelung des ZDF, 2020